Musik In diesem Video geht es um eine explizite Hunderasse, um die Weimaraner. Hier sieht man zwei und hier sieht man nochmal einen. Und ich fand die eigentlich ganz schön, weil der Nachbar hatte einen und da habe ich mir gedacht, Mensch, ich nehme jetzt die Kamera, mache ein Foto davon und male mir den. Ja, da habe ich jetzt hier auch schon so ein Bild dazu gemalt. Das ist auch schon die Neuauflage vom 18.02.2015. Und da habe ich auch so ein paar Schattierungen reingehauen und ja, so ein paar feine Striche oder so einen Feinschliff habe ich halt mit so Stabilo-Stiften gemalt. Gut, wenn euch das Bild gefällt oder das Video, dann könnt ihr dem Video oder ja, könnt ihr dem Bild einfach einen Daumen nach oben geben und würde mich sehr über Kommentare freuen. Und ja, gut, dann bis dann. Tschüss.